Ralf Schumacher hat sich im Juli 2024 geoutet und seine Beziehung zu seinem Partner Etienne öffentlich gemacht. Doch wer ist der gut aussehende Franzose eigentlich? Alle Infos hier. Ralf Schumacher liebt einen Mann, das ist über Etienne bekannt. Nach dem Ehe aus mit Cora Schumacher im Jahr 2015 hat Ralf Schumacher sich nicht mehr öffentlich mit einer Frau gezeigt. Völlig überraschend macht er im Juli 2024 mit einem romantischen Foto nun seine neue Liebe öffentlich. Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer liebt einen Mann, trägt sogar einen Ring am Finger. Ganze zwei Jahre ist er mit seinem Etienne schon zusammen. Die beiden Männer sind nicht nur privat miteinander verbunden, sondern auch beruflich. Der gebürtige Franzose arbeitet als Ralf Schumachers Generalmanager und kümmert sich um seine geschäftlichen Angelegenheiten. Laut einer Freundin lernt er sogar etwas Deutsch für seinen Liebsten. Etienne stand bislang nicht in der Öffentlichkeit. Nach dem Liebes-Outing schnellt seine Follower-Zahl auf Instagram natürlich in die Höhe. Der Plattform zufolge hat er zwei große Hobbys, Sport und Reisen. Etienne scheint schon viel von der Welt gesehen zu haben. Fotos zeigen ihn bei dem Grand Canyon, in Las Vegas oder Brasilien. Zu Hause ist er jedoch in Kapstadt und an der französischen Riviera, wie er in seiner Profilbeschreibung schreibt. So haben sich Ralf Schumacher und Etienne kennengelernt. Carmen Geis, eine gute Freundin des Paares, verrät gegenüber Bild, dass sich die beiden Männer vor längerer Zeit in Monaco kennengelernt haben. Aktuell führen Ralf Schumacher und Etienne laut der TV-Bekanntheit eine Fernbeziehung. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Etienne lebt in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen. Carmen Geis hat regelmäßig Kontakt zu dem Bruder von Michael Schumacher und seinem Partner. Über die Beziehung plaudert sie außerdem aus. Die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput. Freunde und Familie wissen schon lange von der Beziehung. Jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, können sie sich endlich auch ganz öffentlich für die beiden Männer freuen. Auch Ralf Schumachers Sohn David steht voll und ganz hinter ihm. Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich wirklich wohl und geborgen fühlst. Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, schreibt er nach dem Outing seines Vaters auf Instagram. Wie schön!